Einen schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Ich freue mich, dass Sie heute da sind. Heute, da, hier. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie vielleicht schon einmal gelebt haben, in einer anderen Zeit vielleicht, an einem anderen Ort, vielleicht auch in einem anderen Körper, also dass Sie vielleicht nicht wie jetzt Mann, sondern damals Frau gewesen sind. Also so ein Gefühl haben einige meiner Gäste heute Nachmittag. Sie glauben, schon einmal gelebt zu haben. Wiederum andere glauben, das ist ein Märchen oder pure Fantasie. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Daniela, die saß mal in einer Kirche in Zypern und sah sich als Mann am gleichen Ort und zwar in der Kreuzritterzeit. Warum haben manche ein privilegiertes Leben, andere hadern mit ihrem Schicksal? Dieses Leben kann nicht alles sein, sagt der Kurz. Armin lebt sein Leben bis zum Äußersten und lässt nichts aus. Denn er hatte nur das eine. Sabina, wurde mal gesagt, sie war Nofratete, hätte deren Gesichtszüge und die Dame damals hat gesagt, die Schöne, die da kommt. Das ist eine interessante Vorstellung für Sabina, aber so richtig glauben kann sie daran nichts. Ganz im Gegensatz zu Schari. Die sagt, ich bin eine alte Seele und schon als fünfjähriges Mädchen hat sie behauptet, sie würde wissen, wie ihre vergangenen Leben waren. Der Glaube an die Seelenwanderung nach dem Tod ist reine Wunschvorstellung. Und als Fliege möchte Pater Karl ganz sicher nicht wiedergeboren werden. Im Studio begrüße ich weitere Gäste und den klinischen und Gesundheitspsychologen Magister Dr. Martin Fehlinger, den wir heute fragen, ob der Tod nur eine Illusion ist. Schön, dass ihr alle da seid. Vielleicht sind wir ja gerade in einem Parallelleben. Wer weiß. Ich mache vielleicht gleich einmal so eine Anfangsrunde. Armin sagt ja, mit dem Tod ist alles aus. Wir fliegen sozusagen wie ein Blatt vom Baum und das war's. So ist es. Nix davor, nix danach, keine Seele, kein irgendwas. Gar nix. Okay. Da wirst du heute viele Sachen hören, die du vielleicht das erste Mal hörst, weil, Armin, neugierig bist du schon, ob da irgendwas sein könnte, oder? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Kurz, wie denkst du? Du denkst, kann ja wohl nicht alles sein. Zum einen denke ich, es kann nicht alles sein. Zum anderen habe ich ja eine Lebensaufgabe. Meine Lebensaufgabe ist, Leute zu unterhalten oder Leute zu helfen. Und durch diese Hilfetragung, den ich in mir habe, bin ich zu einer Ausbildung gekommen als Reinkarnationstherapeut und Clearing-Therapeut, habe mich dann mit dem Leben noch ein bisschen mehr beschäftigt oder befasst, so wie manch anderer. Und bin zu der Entscheidung gekommen, dass es ein Leben nach dem Tod sehr wohl gibt. Weißt du, ob du schon mal da warst? Grundsätzlich in meiner Ausbildung habe ich gelernt, hineinzusehen. Da muss man jetzt dazu sagen, also Reinkarnation, dieses Thema ist ja, wo die Leute wenig Begriff haben. Reinkarnation heißt ja, vom heutigen Leben, also vom jetzigen Zeitpunkt zurückzugehen. Das heißt, das kann auch sein in diesem Leben. Also das muss nicht immer in der Ritterzeit sein oder Prinzessin oder sonst irgendwas. Die Vorstellung der Menschen, die sie so haben. Ich glaube auch deswegen daran, weil das Leben besteht aus Lernen. Warum soll ich mein ganzes Leben lang lernen und dazulernen und am Ende ist es vorbei? Und das hat mir dann nichts gebracht, wenn ich dann gehen muss und tschüss. Okay. Und das ist auch Danielas Meinung. Der Tod kann nicht alles sein. Also ich möchte gleich anknüpfen bei dem, was der Armin gesagt hat. Er sagt, ein Blatt fällt zu Boden und das war's. Und ich sehe das dann aber so, wenn im Herbst ein Blatt zu Boden fällt, das Blatt verändert seine Konsistenz. Im Frühling sieht man von dem Blatt nichts mehr. Also die Gartenbesitzer werden jetzt sagen, wir müssen alles zusammentun, ist viel Arbeit. Aber wenn ich das am Waldrand sehe, das Blatt, das dort gelegen ist, im Frühling hat es sich aufgelöst. Aber es hat sich nicht in nichts aufgelöst, sondern es ist irgendwie als, ich sage jetzt, Wertstoff oder Information wieder in die Erde hineingegangen. Und der Baum zieht genau aus dem wieder die Energie, um neue Blätter wachsen zu lassen. Also das ist das, was mir einfällt zu dem, was der Armin da als erstes jetzt gebracht hat. Das ist eigentlich ein schöner Gedanke, Pater Karl. Das Leben ist sozusagen immer im Fluss. Und das stimmt. Das Platz ist nicht einfach weg. Also wir können aus der Zeit alle nicht raus und die Zeit verläuft und verrinnt. Ich als Mönch, ich denke jeden Tag an meinen Tod, sehr bewusst. Ich denke sehr bewusst an Sterben, aber völlig frei von jeder Angst. Also ich lebe gerne und ich würde gerne noch lange leben und viel für den lieben Gott tun und für die Menschen. Aber ich habe die Gewissheit im Glauben, dass nach dem Tod mich eine Gemeinschaft mit Gott erwartet. Und das ist eigentlich die Botschaft des Christentums. Da sind wir sehr schwach geworden in den letzten Jahren, das zu kommunizieren. Wir tun viel Gutes, aber die eigentliche Frage, und ich finde die Sendung toll, dass wir mal über solche Sachen reden, weil das ist die entscheidendste Frage für jeden Menschen. Ist danach aus? Bin ich danach, also wie der Armin sagt, ist danach alles vorbei? Oder was erwartet mich? Und dass eine Sehnsucht da ist, das zeigen ja alle Religionen. Wir haben Pyramiden gebaut, ja, tausende Jahre vor Christus. Wir haben Grabbeigaben bei den Inkas und überall, ja. Also die Sehnsucht ist überall da. Also die Frage für mich ist eigentlich nur, wie geht es nach dem Tod weiter? Und da habe ich als Christ eine sehr klare Hoffnung. Das heißt, nicht wiedergeboren zu werden? Naja, Wiedergeburt kennen wir auch, aber wir meinen was anderes. Bei uns ist die neue Geburt, die Wiedergeburt die Taufe, wo ich das Leben gleichsam in die Gemeinschaft mit Gott hineinsetze, in den dreifaltigen Gott hineingesetzt werde, in das Leben, was es leben, in das Leben Gottes. Das verstehen wir unter Wiedergeburt. Aber nicht, dass ich gleichsam so meine Seele, also ich finde es ja toll, wir werden ja da jetzt einiges hören, dass überhaupt mal die Unsterblichkeit der Seele thematisiert wird, weil die immer ein ganz wichtiges Glaubensgut auch für uns Christen war. Aber ich switche nicht in einen Nachfüllleib. Sondern es ist einmalig, dieses Leben, wirklich ganz einmalig. Aber wäre es im Christentum zum Beispiel so, dass es ein Leben, also jetzt nicht die Taufe an sich, nicht, sondern dass man sagt, man lebt hier und ist ein guter Christ und wenn man es quasi gut gemacht hat, kommt man wieder und wieder, bis man halt sozusagen, wenn das so wäre in der Lehre, dann würdest du daran auch glauben, wenn das so wäre. Nein, das wäre ja diametral gegen alles, was Jesus gebracht hat. Also er bringt ja diese Linearität, das Leben ist einmalig und dann geht es hinein über diese Grenze des Todes in eine Gemeinschaft mit Gott, die wir auf Erden auch schon vorbereiten, indem wir jetzt eben gut leben, indem wir die Liebe leben, weil dieses Leben in der Ewigkeit hat nur eine Qualität. Also für uns Christen, es ist Liebe und wenn ich nicht liebe, dann haben wir das Bild des Brennens. Das ist das Bild der Hölle, ein grausliches Bild. Also ich muss schauen, dass ich auf der richtigen Seite bin. Nein, also dieses Hin und Her, also diese Samsara, wie man es da vom Osten importiert hat und so, also das, das lehnen wir ganz ab. Es gibt keinen Zyklus, sondern es gibt eine Linie. Wir haben einmal begonnen, wo unsere Eltern in der Liebe eins waren. Das ist auch sehr schön. Wir entstehen in dem Augenblick, wo unsere Eltern in der Liebe eins sind und dann gibt es eine Linie und dann gibt es aber nicht den Schrecken, dass das einmal aus ist, sondern dann kommt Ewigkeit. Und im Osten übrigens, die wollen nicht wiedergeboren werden. Also Samsara in den Kreislauf zurück, das ist eine angstvolle Vorstellung. Und raus aus dem Kreislauf, das ist dann Nirwana. Das ist dann raus aus dem Kreislauf. Aber bei uns kommt es ein bisschen anders. Und ich muss auch sagen, möchte ich gleich dazu sagen, also ich habe als Priester viele auch gläubige Katholiken getroffen, die auch mir gesagt haben, also sie waren schon mal, interessanterweise waren alle Prinzessinnen. Also die waren schon mal was. Also diese Vorstellung ist da und deshalb da habe ich auch Respekt davor. Und es ist für mich einfach mehr, als wenn jemand sagt, es gibt gar nichts. Genau, Sabina war ja eine ägyptische Königin, sozusagen. Was ich nicht glaube. Das hat, soll ich die Geschichte erzählen kurz? Ja. Ja, also ich spiele Theater. Also kleine Laiengruppe, sage ich jetzt mal, in Oberösterreich. Und genau. Und meine, also Kolleginnen, sagen wir mal so, die sind alle irgendwie in die Richtung angehaucht, sage ich jetzt. Esoterisch angehaucht. Ziemlich alle, ja. Und da haben wir, also eine, die ist ganz besonders, die sieht halt in jedem was. Und wenn sie jetzt dann irgendeinen Film schaut und da kommt jetzt noch Frau Tete vor, eine Dokumentation, dann bildet sie sich halt ein, sage ich mal, dass sie jetzt sieht, dass ich mit der irgendwie in Verbindung bin. Und ich weiß noch, wir haben zum Beispiel die Perle Anna, das ist ein Theaterstück. Ja. Und der Putzfrau, gell? Die Haushälterin hat sie gespielt. Genau. Und sie hat dann gemeint, das gehört so und so, weil sie weiß das, wie man halt die Herrschaft bedient, weil sie war einmal sicher ganz adelig und in einem Schloss und hat Bedienstete gehabt. Und ich hab da gesagt, naja, aber wenn du das alles so genau weißt, vielleicht warst du halt dann die Haushälterin dort und nicht die adelige. Ja, es ist ja so zum Beispiel, genau, jeder. Also du hast irgendwie so, du bist so dazwischen, gell? Du glaubst nicht wirklich, dass da was dran ist, aber ein bisschen faszinierend oder neugierig macht es dich? Oh, es fasziniert mich total. Ich kann es mir aber nicht. Zum Beispiel, ich stelle es mir also zu einfach vor, wenn man jetzt mit einer einfachen Rückführung vielleicht psychische Probleme lösen könntest, die du jahrelang hast bei jemandem. Das ist gleich, wie man sagt, ja, abnehmen im Liegen. Ich habe es zwar abfotografiert, aber ich stelle mir das nicht vor. Ich glaube, dass das so Ding ist, dass das einfach nicht möglich ist. Also dieses, dass man sozusagen ein Problem von einem Leben ins andere, sofern es denn das gäbe, mitschleppt und dann löst, ist eine Vorstellung, die du interessant findest, aber noch nicht versucht hast. Ich habe es noch nicht versucht. Okay, Schari, bevor wir die nächste Runde angehen, ganz kurz noch zu dir. Du hast als Kind, ich glaube als fünfjähriges Kind, hast du schon fantasiert von Leben, die du gelebt hast? Also fantasiert würde ich nicht sagen. Ich war immer sehr, sehr fasziniert davon als Kind, dass ich bin. Das hat mich unglaublich fasziniert. Und dass ich weiß, dass ich bin. Also nur ich bin. Ja, dieses ich bin, das war für mich so, wow, und woher kommt das jetzt? Und ich habe Fragen gestellt und die Antworten haben mich nicht befriedigt. Und ich bin für meine Meinung immer viel zu früh ins Bett geschickt worden. Und da bin ich dann im Bett gesessen, im Schneidersitz und dann habe ich die Augen zugemacht und dann habe ich mir gedacht, so wenn ich jetzt mein ich bin zurückverfolge, dann muss ich ja irgendein an einen Punkt kommen, wo es begonnen hat. Und das ist mir dann irgendwie nie gelungen. Dann bin ich eingeschlafen und dann hat eine Serie von Träumen angefangen, die sehr, sehr real, sehr klar waren, wo ich mich selbst als Mann erlebt habe. Ich hieß Simon und ich habe zwei Träume gehabt, die dann immer wieder gekehrt sind. Also in einem Traum war ich 18 und habe geträumt, wie ich bei der Explosion eines Munitionslagers sterbe. Also wie ich nicht rechtzeitig weglaufen kann, da ist ein Feuer ausgebrochen. Als Fünfjähriges? Das habe ich als fünfjähriges Mädchen dann geträumt. Da bin ich dann weggelaufen, dann hat es diesen Knall gegeben. In einem Traum bin ich dann aus dem Körper sogar ausgetreten und ich habe auch, wie viele, die nahtote Erfahrungen haben, dieses unglaublich schöne Licht gesehen und diese Liebe auch gespürt. Also das war so ganz großartig. Es war so großartig, dass ich als Kind mich schon immer gefreut habe, wenn dieser Traum wiederkommt, nur weil ich dieses Licht und diese Liebe dann spüren kann. Der zweite Traum, den ich hatte, das war auch dieser Mann, dieser Simon, nur da war ich dann 16 in diesem Traum. Da habe ich dann immer wieder geträumt, wie ich meine erste große Liebe küsse. Und das war ganz außergewöhnlich, weil ich als fünfjähriges Kind erstens noch überhaupt keinen Bezug dazu hatte, was ist verliebt sein. Auch in dem Leben bin ich Frau und durchaus hetero. Also es war auch sehr ungewöhnlich, weil ich habe ja da eine Frau geküsst. Und dann ist in dem Traum hat sich diese Frau in meine Kindergartenfreundin verwandelt und ich mich in mich. Und dann habe ich immer zu ihr gesagt, oh Gott, was machen wir da? Und dann bin ich aufgewacht. Und das hast du damals deinen Eltern erzählt? Nein, für mich war das irgendwie nichts Erzählenswertes, lustigerweise. Für mich als Kind war das komplett natürlich. Also ich war so, ah, jetzt verstehe ich. Ich bin halt jetzt dieses Mädchen und dann war ich scheinbar dieser Mann. Also Konzept Wiedergeburt war jetzt nichts, was ich kannte natürlich in dem Alter. Es gab dann nur einen Vorfall im Kindergarten. Eine ganz lustige Geschichte, weil ich dann einfach mal versucht habe, im Stehen zu pinkeln. Und meine Kindergartentante zu mir gesagt hat, was ist dir denn da jetzt eingefallen? Und ich habe dann ganz aus meinem kindlichen Verständnis gesagt, ich weiß, das hat früher immer so funktioniert. Ich verstehe das gerade selber nicht. Und da habe ich dann so einen Ärger im Kindergarten bekommen. Deswegen auch, was redest du für verrückte Sachen, dass ich dann als Kind beschlossen habe, okay, das sind Dinge, über die redet man nicht. Und dann habe ich auch nie wieder mit irgendjemandem darüber gesprochen. Was sagt der Armin dazu, zu der Geschichte? Tja, was soll ich zur Geschichte sagen? Die wüssten nicht anzweifeln, dass sie das erlebt hat. Aber es ist die Frage, warum erlebt sie das? Hat sie da irgendeine Vision? Aber ist das dann, wenn man sowas träumt, vorstellbar, dass das mal war? Weil das waren ja wiederkehrende Träume. Oder sagst du, naja, das sind einfach nur Träume. Fertig, da hat sie als Kind irgendwas verarbeitet, was sie vielleicht im Fernsehen gesehen hat. Kann ich mir nur so vorstellen, dass sie irgendwas verarbeitet hat. So Tag sieht man ja im Fernsehen x Filme, wo jemand sagt, sie ist die Nofretete oder der Julius Cäsar. Ich muss dazu sagen, dass ich mit fünf Jahren, ich bin sehr behütet worden und ich durfte wirklich nur Kinderfernsehen schauen und das gab es dann nur im Wohnzimmer und in meinem Zimmer nicht. Und also es war damals, wir hatten auch gerade ORF 1, ORF 2 und eine Stunde Fernsehen am Tag, mehr gab es nicht. Und meine Eltern haben auch wirklich geschaut, dass ich mit Krieg und solchen Sachen überhaupt nicht in berühmte. Sabine, ich will, glaube ich, was sagen, gell? Ja. Mich würde interessieren, in welcher Zeit hast du da gelebt hast? Das ist noch nicht so lange her. Das müsste so gewesen sein in den 40er Jahren, so an den Uniformen. Also Krieg. Es waren US-Uniformen aus den 40er Jahren. Also ich habe dann auch nachgegoogelt, wo ich bin. Das ist das, was mich interessieren würde. Genau, das ist nachprüfen. Das ist die Journalistin. Also ich würde sagen, alles kontrollieren und mal prüfen, ob das sein könnte. Das hast du gemacht, oder? Das habe ich gemacht. Ich habe mich später auch noch an... Bei mir sind immer mehr Erinnerungen gekommen. Das war nur der Anfang. Das kam dann über die Jahre immer wieder. Und es kamen dann auch sehr viele Erinnerungen, wo ich wirklich recherchieren konnte. Und das hat sich dann an uns richtig herausgestellt. Kurt? Also ich finde jetzt persönlich, sie hat sich selber rückgeführt. Das kann man ja. Man braucht ja unbedingt einen Therapeuten, also einen Rückführungstherapeuten dazu. Jeder Mensch kann sich selber rückführen. Und sie hat im Prinzip ja nichts anderes gemacht. Sie ist in ihr Leben zurückgegangen. Das kann man ja in einem entspannten Zustand auch machen. Man muss nicht in einer Hypnose sein. Also meditativer Zustand reicht ja. Und deswegen nehme ich ihr das jetzt auch voll ab, was ihr jetzt erzählt. Pater Karl? Ja, also ich bin so dazwischen. Auf der einen Seite, wir glauben wirklich, dass es auch Phänomene gibt, die man einfach stehen lassen muss, weil der Mensch nicht nur von seiner Fantasie, also das ist das Thema der Psychologie, ein Wunder ist. Also wir können wirklich in unserer Fantasie Dinge konzipieren. Wir sehen es ja jeden Tag in Science-Fiction-Filmen. Wenn ich mir da so Filme anschaue, wie man auf die Ideen kommen kann, überhaupt sowas zu haben, ist ja fantastisch. Das muss ja irgendwer gedacht haben und denken. Also da sind wir zu unglaublich viel fähig. Auf der anderen Seite haben wir wirklich auch nach unserer Glaubensvorstellung in uns eine Seele. Und der heilige Thomas von Aquin sagt, die Seele ist zu allem fähig. Sie kann alles aufnehmen. Also da gibt es auch Phänomene, die man einfach stehen lassen muss, weil das kann man offensichtlich nicht erklären, dass da Fantasien da waren in den Träumen, die gar nicht da sein können, weil man eben keine Filme oder keine Bücher dazu gelesen hat oder so. Also ich glaube, wir haben ja auch diese Phänomene, dass sich oft Verstorbene melden auch. Wir glauben auch, dass es ja nach dem Tod, wo unser Leib stirbt, es stirbt nur unser Leib und unsere Seele. Wir beten deshalb auch für die Seelen und wir nennen sie sogar arme Seelen. Wir haben sogar den 2. November als Tag, wo wir dann auf den Friedhof gehen und für die zu beten, weil die dann keinen Leib mehr haben und sich auch nicht mehr selber helfen können. Die können immer Gutes tun. Also die brauchen dann unsere Fürbitte, unsere Liebe und so weiter, die wir ihnen dann schenken. Also da gibt es auch so Phänomene, also dass man sich plötzlich das Gefühl hat, also da bin ich jetzt, meine Oma ist plötzlich ganz nahe oder da hat mir mein Papa geholfen, der schon gestorben ist. Also ich glaube, solche Dinge, die muss man schon auch ernst nehmen. Auch in der Kirche muss ich sagen, wir schweigen so sehr über diese Sachen, aber es sind Phänomene, die glaube ich auch aus solchen Erfahrungswirklichkeiten kommen. Lass uns da mal kurz einen Einschnitt machen und bevor du merkst, was du sagen möchtest, Sabina, weil du hast schon die nächste Frage. Genau, ja. Journalistisch kann ich mir vorstellen. Ich möchte Andrea kurz dazwischen fragen, weil du dich berufsbedingt viel mit dem Tod auseinandergesetzt hast. Und du schaust dir, sagst du Probleme, grundlegende Probleme an, indem du schaust, ob die in einem früheren Leben, sofern es das denn gäbe, schon bestanden haben. Genau, das ist so mein Thema. Also ich bin ein sehr reflektierter Mensch und ich war als Kind schon anders. Ich habe auch immer mit Pflanzen und Tieren und Bäumen und allem möglichen gesprochen und habe dann den Beruf der Krankenschwester ergriffen und bin zwangsläufig mit Leben und Sterben konfrontiert. Und irgendwann wollte ich wissen, warum ist das so und wo kommt das her und wie funktioniert das und war das einfach schon alles. Und im Zuge meiner Ausbildung bin ich dann mit dem Schamanentum in Berührung gekommen, wo ja das zentrale Thema Rückführung, Wiedergeburt ist und was war im früheren Leben. Und da habe ich natürlich dann einige Beispiele. Zum Beispiel? Zum Beispiel habe ich so ein Thema gehabt, ich war immer sehr ein zurückgezogener Mensch, habe mich nicht wohl gefühlt inmitten von Menschen, so wie jetzt, ja, habe mich da auch nicht zugehörig gefühlt. Da bist du jetzt eh weniger als sonst. Das ist super, heute ist das ja eh kein Thema mehr, gell? Und habe mir dann gedacht, ich schaue mir das jetzt einfach in einer Rückführung an, zwangsläufig, weil ich ja in dieser Ausbildung war. Und habe mich dann gesehen auf einem Felsen oben stehen, in einem langen weißen Kleid, vor einer Klippe. Und für mich war so das Thema, gut, jetzt wird es vorbei sein. Ich war 28 Jahre alt, also ein relativ junges Mädchen und habe in einem Dorf gelebt, wo sehr viele alte Menschen gewohnt haben, in so strohgedeckte Hütten. Und ich habe nicht gewusst, was soll ich dort machen. Niemand hat mit mir gesprochen, niemand hat mich so einbezogen in diese Dorfgemeinschaft. Und die Therapeutin damals hat gesagt, frag doch einfach einmal was, warum das so ist. Und auf meine Frage habe ich dann die Antwort bekommen, du bist da, um uns auf unserem letzten Weg zu begleiten. Und das wird deine Aufgabe bei uns sein. Und wenn wir dich brauchen, dann wirst du von uns gerufen werden. Also es war gar nicht das Thema, dass ich ausgelassen worden bin, sondern es war meine Idee. Und im Zuge dessen hat sich aber in meinem weiteren Leben das dann schon verändert, dass ich mich anders gefühlt habe. Also es hat dieses Hinschauen, dieses Miteinanderreden und dieses Annehmen, hat dann das so weit gelöst, dass ich mich wesentlich sicherer gefühlt habe dann im Grunde genommen bei anderen Menschen. Das wäre jetzt die Frage an die Schari. Ich habe eine Frage, weil ich verstehe was nicht. Also ich bin nur ein Theologe. Ich habe das Wort, ich höre da und das Wort Rückführung. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht, was ihr damit meint. Weil das scheint so, als wäre das eine Selbstverständlichkeit, macht Rückführung und so weiter. Bitte, was ist das? Sowas wie Daten wiederherstellung. Ja, eine Rückführung, das ist im Prinzip, man findet vermisste Daten wieder. Das ist, man geht zurück in einer Zeitlinie auf eine energetische Art und Weise und schafft es, Dateien, die verloren gegangen sind, wieder zu öffnen und sagt sich, oh, wie schön, jetzt alles wieder greift, alles wieder sicher. Und das macht man selber oder das war, weil du bist Therapeut oder was du gesagt hast? Ja. Ja, also ich mache das mit meinen Klienten in einer Entspannungsphase, also eine Meditationsphase, sage ich einmal, weil der Klient soll sich ja daran erinnern. Und die einzelnen Bausteine, ich sage es immer wie ein Puzzle. Ich habe einzelne Bausteine, dafür stimme ich nicht, warum das manche Dinge nicht so funktionieren, warum habe ich immer den gleichen Beziehungsproblemen oder was auch immer, die Probleme des Menschen oder der Seele, sage ich einmal, und versuche, im vergangenen Leben, das zu finden. Das machen die Dinge, das macht die Person. Ich führe ihn ja nur in diesem Leben. Und wenn er das dann sieht und versteht, kann er es verändern. Ab diesem Zeitpunkt passierte etwas. Wir werden gleich noch genau darauf eingehen. Ich möchte nur, weil die Sabine vorher was fragen wollte, die Schari. Ja, den Herrn Pater, glaube ich, als es immer so heißt, man kann das nicht beweisen. Es ist so, entweder man glaubt daran, aber man kann es nicht beweisen, dass man gelebt hat. Außer man forscht nach. Wie ist das jetzt mit Jesus, mit dem Ganzen? Kann man das beweisen? Kannst du es beweisen? Ganz ehrlich jetzt. Also ich kann es beweisen aufgrund der Zeugenaussagen der damaligen Zeugen. Das hat irgendwer niedergeschrieben und das wurde dauernd wieder verändert, die Bibel quasi. Ja, da sind die Leute in den Tod gegangen dafür und nicht wenige und die Apostel alle. Also es ist schon etwas da gewesen und das ist es sehr ungeschminkt berichtet in den Evangelien. Da war Jesus der Superstar, hat geheilt und so weiter und das haben wir von anderen auch. Und dann plötzlich kommt so diesen Showdown in Jerusalem zum Paschafest, zum Osterfest. Jesus stirbt am Kreuz und alle gehen weg, alle gehen weg. Die Jünger gehen nach Galiläa, die versperren sich im Abendmahlssaal. Die Emmausjünger gehen weg und so weiter, sind enttäuscht, Frustration. Und dann geschieht etwas, das alles völlig umdreht. Das ist der Knackpunkt des Christentums, weil dass Jesus historisch gelebt hat, das ist ohne Zweifel. Das können wir aus anderen Quellen nachweisen. Das ist auch seine Reden, das passt in die rabbinische Tradition vieles hinein. Aber dass er gestorben ist und noch zu einem solchen Tod im Tod war und auferstanden ist und dass er dann sofort genannt wird, der Erstgeborene, der entschlafen, dass dann auch sofort klar ist. Also das war nur nicht etwas Privates für Jesus, das ist auch der Unterschied. Weil ich meine, ich freue mich, wenn Sie irgendwie das Gefühl haben, dass da etwas war und dir das irgendwie psychotherapeutisch aufarbeitet. Aber dass hier etwas ist, das uns alle betrifft und dass das eine Botschaft für die ganze Welt ist, ist, dass uns dieser Jesus von Nazareth eben Zugang eröffnet hat in eine Gemeinschaft mit Gott. Aber du glaubst dann, dass du vertraust auf das, obwohl du es nicht gesehen hast, richtig, sondern du hast jetzt dein ganzes Leben dem geweiht. Du lebst so, verzichtest auf eine Frau oder so, nehme ich mal an. Ja, viel mehr als eine Frau. Ja, weil du halt an etwas glaubst, was man aber auch nicht beweisen kann. Was vielleicht jemandem Hoffnung gibt und Kraft. Zum Beispiel, ihr gibt es Kraft, dass sie weiß oder glaubt, dass sie schon mal gelebt hat. Auch vielen anderen Leuten. Dir gibt es Kraft, dass du glaubst. Du glaubst dir, das heißt es, ich glaube. Da kommt schon etwas noch dazu, dass dieser Auferstandene keine bloße, wie soll ich sagen, keine Geschichte liest, so wie Hänsel und Gretel oder irgendwas, was mir erzählt wird, sondern ich habe schon das sehr starke Gefühl, dass Jesus bei mir ist, in mir ist. Das nennen wir dann übrigens Heiligen Geist, dass ich mit Gott verbunden bin. Sonst könnte ich, ich bin jetzt 57 und bin seit meinem 18. Lebensjahr im Kloster, sonst könnte ich so nicht leben und glücklich sein. Das wäre vielleicht interessant, wenn der Pater Karl eine Rückführung machen würde. Also ich muss sagen, an der Rückführung gefällt mir nicht dieses, ich mach was. Darf ich dazu jetzt auch was fragen? Also wenn sowas einem passiert, dann lasse ich das stehen. Aber wenn man sowas aktiv macht, das kommt mir sehr Richtung weiße Magie. Und ich habe grausliche Sachen, ich bin ja für die pepstlichen Missionswerke zuständig, ich war so viel in Afrika, wo dieser Geisterglaube noch ist und dieser Ahnenglaube, wo die Angst haben und so. Also ich finde das nicht so toll. Ich glaube nicht, dass die Leute Angst haben, sondern sie das Leben besser verstehen und durch das verändert sie in den Menschen etwas. Er kriegt dann Sinn, warum das erlebt. Bevor man noch darauf eingeht, möchte ich noch Danielas Geschichte hören. Aber bevor du anfängst zu reden, würde ich gerne von der Scharie wissen, hast du jemals recherchiert, ob es diesen Simon oder Simon je gegeben hat? Einen Soldaten, der gestorben ist bei irgendeinem... Also Simon konnte ich natürlich nicht nachrecherchieren, weil ich ja nur meinen Vornamen wusste. Ja, aber ich meine, vielleicht gibt es 100, dann wäre es bei einer Explosion umgekommen, gibt es da nur mehr 10? So meine ich, ne? Also bei mir war es ja dann so, dass dieses Erinnern nicht aufgehört hat. Das hat sich ja durch mein Leben gezogen und es kamen immer wieder Erinnerungen. Und die konnte ich dann nachrecherchieren. Wie zum Beispiel konnte ich eine ehemalige Wohnadresse, die ich erinnert habe, die konnte ich dann auch wirklich ausfindig machen und auch feststellen, dass das dort wirklich alles so aussieht, wie ich es erinnert habe. Es gab dann auch eine Erinnerung, das war sicherlich das Interessanteste. Da hatte ich mich an ein Leben in der Zeit Ägyptens erinnert. Und zwar zur Zeit eines ziemlich unbekannten Pharaos, das war Amenemeth III. Und ich habe kurz nach dieser Erinnerung, habe ich meinen damaligen Mann kennengelernt. Und der hatte dieselbe Erinnerung. Also wir sind dann so ins Gespräch gekommen und ich habe dann eben erzählt, dass ich mit Rückführungen arbeite. Und er sagt so, ja interessant, ich habe selber gerade eine Rückführung gemacht und habe mich an das und das und das erinnert. Und da ist bei mir erst einmal so, das ist dieselbe Erinnerung, die ich habe. Und wir haben dann gemeinsam nachrecherchiert, zu Amene mit den Dritten. Da gibt es leider nicht allzu viel, aber das, was wir erinnert haben und was wir recherchieren konnten zu dem Pharao, das hat dann auch wirklich gestimmt. Und ihr wart in dem Leben, wie du sagst, ein Paar? Wir waren damals verheiratet und in dem Leben waren wir dann auch ein Paar. Die Ehe war damals schon nicht einfach und in der Beziehung haben wir sozusagen Frieden geschlossen und sind heute sehr, sehr eng befreundet, aber kein Paar mehr. Okay, jetzt muss ich mal kurz, bevor wir dann noch einmal über Rückführungstherapeuten, Reinkarnationstherapeutinnen oder Therapeuten sprechen, wie macht man die Ausbildung? Zur Reinkarnationstherapie, es gibt keine wirklich anerkannte Ausbildung. Also wir müssen ein paar Sachen auseinanderhalten. Wir sprechen immer von Therapeuten. Das Wort Therapie und Therapeuten verwenden wir in unserem Sprachgebrauch für Menschen, die Heilung anbieten, sei es jetzt Physio oder Psycho oder wie auch immer. Das damit in Verbindung zu bringen, wäre Scharlatanerie und würde dem Kurpfuscher-Paragraf widersprechen. Also hier sprechen wir nicht von Heilung. Zum Zweiten, Reinkarnation, Ausbildung ist nicht gesetzlich geregelt. Also wenn du, Barbara, Lust hast, nach der Sendung auf dein Haus ein Schild zu malen und sagen, du bist jetzt Reinkarnationstherapeutin, dann bist du es. Also jeder kann sich so nennen. Man kann einen Kurs machen, man muss keinen Kurs machen. Es gibt auch niemanden, der das prüft und sagt, du kannst das oder du kannst das nicht. Das machen diese Personen untereinander. Dementsprechend verlässt man sich dann auf eine Person, die mit einem etwas macht, teilweise unter Trance und Milton Erickson und ähnliche Geschichten, die da mit einfließen, wo Personen etwas produzieren, teilweise auch nicht mehr kritisch das hinterfragen, weil eben in einem Trance-Zustand, in einem veränderten Bewusstseinszustand und dann halt Material da ist. Dass das aus einem früheren Leben stammt, ist eine Glaubenssache, ist eine Annahmenssache, aber ist weder wissenschaftlich noch sonst in irgendeiner Weise beweisbar. Und wenn man aber sagt, dass man Probleme aus der Jetztzeit dadurch löst, Naja, man kann durch Reden, man kann durch Fantasien, man kann durch Geschichten natürlich reflektieren. Und reflektieren kann Probleme lösen. Das ist jetzt ein Weg, wie es funktionieren könnte. Nur zu sagen, das ist eine Methode oder gar vielleicht sogar eine therapeutische Methode, das ist nicht richtig. Also es kann durchaus sein, und wenn wir beide uns unterhalten und uns gegenseitig Dinge erzählen, dann kann das auch heilend sein und es kann befruchtend sein für uns beide. Vielleicht kommen wir auf Dinge drauf aus unserem bisherigen, aber realen Leben, wo wir sagen, das und das und das, macht uns erklärbar, warum wir jetzt so ticken. Aber daraus etwas zu schließen, dass es auf ein früheres Leben geht und das als Methode zu verkaufen, das ist eine Glaubenssache. Und wenn es jemand glaubt, ist es okay, aber es hat nichts mit Wissenschaft zu tun, es hat nichts mit Beweis zu tun. Gut, das ist die eine Sache. Was anderes sind die berühmten Déjà-vu's. Daniela, dir ist das passiert auf Zypern. Richtig, das war in Zypern. Erzähl mal. Und das liegt schon sehr, sehr lange zurück. Aber ich würde vorher ganz gern noch kurz eine Meinung abgeben zu dem, was ich vorhin gehört habe von Pater Gadl. Also ich sehe den Widerspruch nicht. Wenn ich mehrfach geboren bin, warum soll ich dann nicht in göttlicher Nähe sein? Für mich hat das vorhin so geklungen, das eine schliesst das andere aus. Aber so nehme ich das überhaupt nicht wahr. Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass wir alle mehrfach gelebt haben. Also das ist für mich vollkommen außer Frage. Und trotzdem nehme ich wahr, dass ich dem Göttlichen und Gott nahe stehe. Also ich spüre den Widerspruch nicht. Aber schau, ich schieße ja eh nicht mit Kanonen zurück, sondern bin ganz lieb. Nur die christliche Botschaft, und die gründet nicht in Fantasie, sondern die gründet in geschichtlichen Ereignissen, Auferstehung, leeres Grab, Zeugenschaft der Jünger. Alle sind dann dafür gestorben und so weiter. Eine Botschaft auch, die völlig chancenlos war im römischen Imperium. In kürzester Zeit, jetzt sind wir die größte Weltreligion mit 2,5 Milliarden und so. Gibt den Menschen Hoffnung. Und ich habe es in Afrika gesehen, was das bedeutet eben jetzt für die Leute, die Angst haben, dass der verstorbene Großvater als böser Geist wiederkommt. Das ist dort. Ich war bei den Massai. Und das ist wirklich Hoffnung. Darum boomt ja das Christentum dort auch so, weil wir den Prophet gar nicht mehr sehen. Und da gehört auch ganz wesentlich bei uns dazu, dass wir einmalig sind. Vor allem ist eine dunkle Geschichte des Christentums, und ich glaube, da wirst du mir beisteuern, diese Kreuzritterzeit. Daniela, du erzählst bitte die Geschichte mit den Kreuzrittern. Deswegen, ja. Weil sie war auch. Also wir stehen uns irgendwie sehr nahe. Ich muss noch gleich dazu sagen, es würde mich mehr interessieren, wenn du Neandertalerin gewesen wärst. Ich werde nachforschen. Vielleicht entdecke ich da auch noch eine Inkarnation. Aber darf ich? Nein, nein, nein. Du darfst, keiner darfst, du erzählst eine Kreuzrittergeschichte. Ich erzähle jetzt diese Kreuzrittergeschichte. Ja, und zwar war das im Jahr 1996, da habe ich, ich war mit meinem persönlichen Leben an einem Punkt, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich stagniere total. Ich habe einfach keinen Weg, keinen vernünftigen Weg stehen, oder einen lohnenswerten Weg, sagen wir es mal so. Und ich bin daneben 1996, ich war reif für die Insel, und die Insel war dann Zypern, und ich bin für einige Monate nach Zypern gegangen. Ich war in dem Dorf Pervoglia, das ist in der Nähe von Lanaka, und unweit von Pervoglia gibt es eine Ortschaft, die heißt Kitty, und in Kitty gibt es eine ganz, ganz berühmte Kirche, die ist uralt schon. Es gibt bei dieser Kirche, dann gibt es da noch so einen Vorraum, bevor man unmittelbar in die Kirche hineingeht, und in diesem Vorraum ist es üblich, die Leute, die die Kirche betreten, stecken da so kleine Kerzen ein, das sind so hohe, dünne Wachskerzen, gehen hinein, gehen wieder hinaus, ein ständiges Kommen und Gehen, und ich bin in diesem Vorraum gesessen, und bin einfach gesessen, die ganzen Weihrauchschwaden, der Sing-Sang, draußen 30 Grad mindestens, und plötzlich, das war in keiner Weise geplant, beabsichtigt oder sonst wie, es war nur plötzlich das Bild da, und das Bild war so real. Das Bild war da, die Bilder, es waren diese Bilder da, es war dieses Erleben da. Ich habe nicht nur die Bilder gesehen, ich habe auch die Gerüche irgendwo wahrgenommen. Was für ein Bilder? Ja genau, jetzt kommen wir zu dem, was habe ich gesehen, genau. Ich muss ja langsam die Katze aus dem Sack lassen, gell? Und zwar war mir klar, ich habe mich selber wahrgenommen, in einer anderen Gestalt, und diese Gestalt war eindeutig männlich, und trotzdem habe ich gespürt, das bin ich. Und die Situation war eine andere, das war nämlich schlicht und einfach eine Art Feldlager. Es war auf den ersten Blick zu erkennen, das sind so mittelalterliche Kreuzfahrer in dem Fall. Ich wusste, dass ich nicht unbedingt freiwillig in Zypern war, sondern dass wir in Zypern waren, weil das Schiff, mit dem wir da Richtung Jerusalem gereist sind, hoch motiviert selbstverständlich, wir befreien das Heilige Land. Die Motivation war riesig groß, aber das Schiff hat kurz vor Zypern den Geist aufgegeben und die letzten paar Meilen, Kilometer oder wie auch immer nicht mehr geschafft. Also waren wir dazu verurteilt, in Zypern ein Land zu gehen und dort zu warten. Ich weiß auch, dass es finanzielle Probleme gegeben hat, auch an das kann ich mich sehr gut erinnern. Dass du einfach nur dich entspannt hast, wie sagt der Pater Karl, mit dem Weihrauch, Weihrauch, Gebührreihe, noch mehr, mehr. Ich freue mich wirklich sehr, weil das ist eine tolle Sache, wenn du im 19. Jahrhundert gelebt hättest, hättest du Karl May werden können. Den habe ich wirklich einen Tag gelesen. Aber ich glaube, das ist schon ein Geschenk, wenn man so eine Fantasie hat. Meine Frage ist nur, also das ist dir geschenkt worden, okay, aber was habe ich davon? Weil zum Beispiel bei uns, und bei euren Sachen auch, weil wenn wir von der Auferstehung Jesu reden, dann ist das eine universelle Botschaft, die jeden Menschen meint. Aber das Problem bei diesen Sachen ist immer nur, da geht es immer nur, ich bin rückgeführt oder ich habe mich rückgeführt oder wurde rückgeführt. Ja, der Kurt will schon lange was sagen. Danke. So, jetzt habe ich auch mal eine Frage. Ich verstehe eines nicht. In der Bibel steht ja, Jesus ist von den Toten nach drei Tagen auferstanden. Am dritten Tag, ja. Und hat sich dann leibhaftig den Jüngern gezeigt. In meiner Augen ist es genauso Reinkarnation. Das heißt, er ist gestorben, wieder auferstanden und hat sich leibhaftig gezeigt. Soll ich das jetzt erklären? Weil das ist ein bisschen... Ja, aber kurz erklären. Ja, ganz kurz. Diese ganzen Auferstehungsberichte sind wahnsinnig spannend, weil Jesus hin und her switcht zwischen leiblich und nicht leiblich. Also die erste Frage, die der Auferstandene an die Jünger stellt, lautet, mich wundert immer, dass noch kein Bischof das als Wahlspruch gewählt hat, die lautet, Kinder habt ihr nichts zu essen. Und er ist dauernd in irgendwelchen Esssituationen bei den Emmausjüngern, gebratener Fisch am Seehofer von Galilea. Also es ist irgendwie da. Das ist nicht Fantasie. Weil ein Geist kann nicht essen. Zugleich wird aber nicht berichtet, dass er gegessen hat. Dann geht er durch verschlossene Türen. Also das, was wir hier glauben, ist nicht vorstellbar. Also du, Daniela, hast sozusagen, kann man übersetzt sagen, ein Déjà-vu gehabt. Du bist dort gesessen und du hast gespürt, du warst schon einmal dort. Die Gerüche. Und du bist davon überzeugt, du hast es erlebt. Ja. War das die einzige... Nein. Nein. Was war es noch? Das war die erste. Und von dort weg, das war, als ob da irgendwas in mir aufgegangen wäre. Vielleicht war es dabei auch. Aber von dort weg bin ich öfter in der Zukunft dann in solche Bilder hineingekippt. Und damals auf Zypern als Kreuzritter. Wie lange warst du da dort? Wie viele, weißt du noch? Wochen. Es waren einige Wochen. Und hast du dort auch Menschen kennengelernt? Hast du Verbindungen geschlossen? Ja. Oh ja, stimmt. Ein Teil von der Geschichte fehlt noch. Ich hatte dort jemanden kennengelernt als Kreuzfahrer. Da war eben eine zauberhafte junge Frau auf dieser Insel. Und es war aber auch klar, dass da nie was entstehen kann. Aber es war eine Innigkeit von Gefühlen da. Man hat sich ausgetauscht. Und ich weiß, dass ich damals ein Versprechen abgegeben habe. Bevor es dann weiterging nach Jerusalem, habe ich versprochen, ich komme zurück. Und hast du dann, als du dann zurückgekommen bist, nach Zypern, wieder jemanden kennengelernt? Ja, genau. Also könnte das theoretisch in deinen Augen diese Beziehung gewesen sein, die dann sozusagen aufgelöst wurde? Für mich war das die naheliegende Antwort. Hat dir dein Job, also die Art, was du jetzt machst, kurz geholfen, mit deinem Leben besser fertig zu werden? Weil viele Menschen werden sich fragen, warum ist er tätowiert im Gesicht? Und das ist wahrscheinlich auch nicht die einzige Stelle. Ich nehme an, dass das ja mehr... Wie ich schon anfangs betont habe, ja. Also grundsätzlich, ein halbes Jahr bin ich ja in einem Zirkus. Also da verkaufe ich den... Wir verkaufen es alle, ja. Den Mr. Extrem. Und mit dem bin ich auch redlich bekannt geworden. Er ist eigentlich weltweit mittlerweile. Und zu einer anderen... Was suchst du da zum Beispiel? Ich ziehe die Leute mit der Zunge, schlucke den Meißler in einer Schlagbaumaschine, mache diese Scharlinen-Nummern, also mit einem sperrender Kehle, Menschen zu transportieren. Wie gesagt, war in diversen Talentshows, also auch in die Finalen. Ja. Wellwert eigentlich. Und ich habe aber immer das Bedürfnis gehabt, Menschen zu helfen. Also eine gewisse Bringschuld, ja. Alles, was ich erlebt habe, ja, habe ich damit verarbeitet, indem ich anderen geholfen habe. Also es hat mir geholfen. Okay. Und wie gesagt, also meine Mutter wohnte in mir, wohnte Tür an Tür und die Mauer war immer da. Also ich konnte meiner Mutter nicht verzeihen über die Dinge, die passiert sind. Wie ich dann angefangen habe, mit Leuten wirklich zu arbeiten, habe ich diese Energie zurückbekommen. Und heute kann ich... Ich bin bei... Meine Mutter wohnte in mir und ich ging an der Tür vorbei, einen Monat lang, und habe mich gefragt, wie geht's da? Kann ich da was helfen oder egal was? Das hat sich jetzt geändert? Das hat sich geändert. Also diese Mauer ist entfernt. Und mit ruhigem Gewissen. Und deswegen finde ich es ja gut, es hat sich auch bei mir was gelöst. Und bei anderen Menschen auch. Also ob es jetzt dieses Rittertum gibt oder nicht, spielt eigentlich gar keine Rolle. Sondern es erklärt manchmal den Zusammenhang zum jetzigen Leben. Das ist der springende Punkt. Und jetzt möchte ich den Armin fragen, was sagst du jetzt dazu? Ja, erstens möchte ich mich anschließen, was der Patrick gesagt hat. Gewisse Sachen kann man nicht erklären. Das muss man so stehen lassen. Da gehe ich mit ihm konform. Ich höre jetzt die ganze Zeit in meiner Rückführung. Die Seele ist quasi wiedergeboren. Aber keiner kann mir erklären, was passiert. Ich stirbe jetzt und meine Seele steigt irgendwo hin. Aber wohin steigt die Seele? In Himmel. In die Klaue. Danach gibt es keinen Raum und keine Zeit mehr. Das wollte ich fragen. Das heißt, die Seele steigt irgendwo hin. Und dann denke ich mir, wann ich wiedergeboren werde, muss ich da auf Erden eine Leistung verbracht haben. Muss ich da die Mutter Theresa gewesen sein, dass die Seele sagt, du darfst wieder runter, weil du so gut warst und von dir gibt es zu wenig. Also mir wird immer erklärt, ich war die Prinzessin oder der Prinz oder der Krieger. Aber jetzt kann mir keiner erklären, wie das funktionieren soll. Was passiert mit der Seele? Ist die irgendwo in Worteposition? Wer sagt der Seele, du darfst jetzt wieder runter auf die Erde, du wirst ... Was sagt dir Daniela dazu? Also ich liebe ja diese Vergleiche. Seit wir alle mit Computers so fit sind, ist das für mich eigentlich noch viel verständlicher. Wir haben unsere Daten nicht permanent auf der gleichen Hardware. Wir laden sie in die Cloud. Und ich denke mir, es wäre doch wahnsinnig schade. Jetzt habe ich so viele Jahre gelebt. Jetzt gehe ich bald auf die 60 zu. Jetzt habe ich allmählich das Gefühl, ich habe einiges begriffen und verstanden. Ja, hey, wann möchte ich das dann einsetzen? Die nächsten paar Jahre sind mir da fast zu wenig dafür. Ich würde das gerne mitnehmen als Weiterentwicklung. Ist ja gar ein Leben erreicht. Und so denke ich mir, ein Leben reicht dir irgendwo nicht. Für mein Erlebnis Hunger sowieso nicht. Und ich mag diese Einschränkung nicht zum Denken von so vielen zigtausend Jahren menschlicher Historie, wo so viel möglich ist, was man erleben kann, auf so vielen Kontinenten. Soll das alles sein, was mir gehört, dieses eine kleine Leben? Ich wollte noch was zum Armin sagen. Es gibt eben den Dr. Michael Newton in den USA, der sich tatsächlich dieser Frage gewidmet hat und der da auch Bücher darüber geschrieben hat, was passiert dazwischen. Der hat unabhängig voneinander 3000 Menschen in dieses Zwischenreich geführt hat und dann diese Beispiele miteinander verglichen hat. Und da gibt es Bücher. Der ist auch der Grund, warum ich damals meine Ausbildung unbedingt in den USA machen wollte, weil mich diese Technik speziell interessiert hat. Und allgemein würde ich einfach auch noch gern sagen, ich erinnere mich ja auch ohne Rückführung an sehr, sehr viele Leben. Und ich habe mir irgendwann einmal gedacht, wenn da ein größerer Sinn dahinter ist, wenn ich mein Leben chronologisch ordne, weil ich habe mich nicht chronologisch erinnert, sondern da habe ich mich an eins erinnert vor 3000 Jahren, dann vor 500, dann wieder vor 1000. Wenn ich die mal aufschreibe, dann muss das ja einen Sinn ergeben. Dann muss man ja sehen, ich habe mich weiterentwickelt. Und das habe ich tatsächlich festgestellt. Und was das bei mir ausgelöst hat, war eigentlich, dass es mich dann wiederum viel näher zu Gott gebracht hat, weil ich mir gedacht habe, so eine Intelligenz, das ist sowas Hohes, sowas kann ich mir gar nicht ausdenken. Und ich sehe das jetzt auch für mich. Für mich schließt sich das dann gar nicht aus. Man kann auch, wenn man es wissen will, diese Bücher von Dr. Michael Newton lesen. Ich wollte sagen, weil ich war auch in Israel. Ich habe da Heiligen Städten besucht. Und ich war da bei diesem Stein in der Geburtsgrotte, in der Sterbegrotte. Und ich habe da schon eine gewisse Energie gespürt. Aber ich denke mir, der Mensch ist sich seiner selbst bewusst als einer der wenigen Wesen. Eine Flieger ist sich ihrer selbst nicht bewusst. Ich denke mir dann, weil der Mensch sich seiner bewusst ist, dann denkt er. Und so wie sie sagt, ja, jetzt ist es gerade so gut gelaufen im Leben, war es so schön, warum sollte das zu Ende sein? Und ich denke mir, die Tiere fragen sich das nicht. Und dadurch, dass der Mensch so viel denkt oder so intelligent ist, wirft er solche Fragen auf. Und der Beweis muss halt erst erbracht werden. Vater Karl. Also ich bin immer noch der Vater Karl. Ich bin nicht wiedergeboren. Ich glaube, ich habe wirklich begonnen im Jahr 63er. Und ich gehe aber auf eine große Hoffnung zu. Also mir wäre es zu wenig, dann immer wieder und immer wieder in dieses Leben zurück. Ich möchte schon wirklich den ganzen Euro-Millionen-Preis haben, nämlich Gott selber in der Ewigkeit. Und das ist auch die Hoffnung, die Christus uns gebracht hat. Aber was ich sehr stark mitnehme, ist eigentlich, dass hier dieses Thema Seele ist. Und dass wir eigentlich viel zu wenig, auch wir Christen in der Kirche, viel zu wenig begreifen, dass wir etwas haben, das der größte Schatz ist, den wir haben. Das unterscheidet uns vom Tier. Das unterscheidet uns von der nicht beselten Natur, von Stein und so. Die Tiere haben keine Seele. Nein, von der nicht beselten Natur, Steine, habe ich gesagt. Ach so, ich glaube, die Tiere haben keine Seele. Aber eine andere Form von Seele, das muss ich schon sagen. Also wer glaubt, dass er mit seinem Goldhamster im Himmel sein wird. Wir haben keine Offenbarung dazu. Wir wissen als Christen auch nicht alles. Gott hat uns eine Heilsbotschaft gegeben, das uns liebt, das uns erlöst, das uns die Sünden verzeiht. Wir wissen nicht, ob es auf anderen Planeten Leben gibt. Und gibt es einen Beweis für die Seele? Ja, der Beweis sind wir hier. Es ist einfach etwas da und ich würde das noch abstreiten. Es ist ja Blödsinn zu sagen, das ist Fantasie oder irgendwas. Also nur Fantasie. Was ist Fantasie? Das ist ein Faktum. Da sind Erlebnisse da, die sogar Leben verändert haben, maßgeblich verändert haben und in allen Fällen überall zum Positiven. Aber warum müssen wir alles, was uns wichtig ist, dann später verlieren? Sei es Beziehung, sei es Haustier. Also gut, wenn du mal in die Kirche kommst, da hörst du, wie ich dann bete eben jetzt. Darum singen wir mit allen Engeln und Heiligen. Ja, weil wir meinen Bekatz haben. Wir glauben alle, dass wir nicht rückgeführt werden, sondern hochgeführt werden in die Gemeinschaft mit Gott. Das ist doch viel besser. Also ich glaube tatsächlich auch, dass das im Endeffekt darauf rauslaufen wird. Aber ich glaube halt auch, dass wir bis wir so weit sind, immer wieder kommen. Ich muss eben noch sagen, also es gibt eine Stelle im 1. Korintherbrief, im 15. Kapitel, wo es heißt, dass Gott Pan en Pasin sein wird auf Griechisch. Alles in allem. Ja, also ist Gott mit dabei. Aber wie das sein wird, das wissen wir nicht. Ah ja, okay. Was weiß man schon, ne, Dr. Martin Friedinger? Was weiß man schon? Jetzt haben wir geredet über die detailreichen Erinnerungen. Egal, ob das jetzt wiederkehrende Träume sind, ob das Déjà-Vus sind, die berühmten Déjà-Vus. Vielleicht kannst du das auch erklären, wie die entstehen. Oder man sagt zum Beispiel, es ist mein Seelenverwandter. Ist das nur Einbildung? Ich würde einmal gern drei Dinge voneinander unterscheiden. Das eine ist, wir haben auf der Bühne gehört, wir wünschen uns etwas. Es kann doch nicht alles sein, Stichwort, das muss doch anders sein. Das ist durchaus legitim und jeder kann sich wünschen, was er möchte. Eine subjektive Erfahrung, ich habe das so erlebt und für mich war das so, ist eine subjektive Erfahrung, das würde man auch so stehen lassen. Die Frage ist, wollen wir uns auch mit Fakten beschäftigen und sagen, was lässt sich prüfen? Und das, was wir gehört haben, sind genau die Dinge, die du jetzt gesagt hast, Déjà-vu und das habe ich schon mal erlebt und so. Es gibt für all das, was ich hier gehört habe, durchaus auch naturwissenschaftliche, wissenschaftliche Erklärungen. Dass uns etwas bekannt vorkommt, da gibt es eine Fülle an Möglichkeiten, das können unbewusste Erinnerungen sein, die dadurch hochkommen. Es kann nur ein einzelner Teil, ein Geruch, uns an etwas erinnern und wir assoziieren damit den Rest. Interessant ist auch, dass man Déjà-vues bewusst erzeugen kann, indem man mit Elektroden die Teile des Gehirns aktiviert und plötzlich werden diese Déjà-vues mehr. Das heißt, die lassen sich produzieren, die kann man durchaus hier aufrufen. Also all das zeigt, das ist nicht etwas Mystisches, sondern es ist etwas, was in unserem Gehirn vorhanden ist. Und wenn ich so die Erfahrungen höre, dann klingt das für mich so, als ob wir ein Gehirn, und keine Frage, unser Gehirn ist genial, aber dass wir ein Gehirn haben, das keine Fehler macht. Und jetzt wissen wir, glaube ich, alle miteinander, wir haben falsche Erinnerungen, wir haben falsche Erschlussfolgerungen, jeder von uns hat wahrscheinlich irgendwann mal einen Platz schon aufgesucht, wo er 15, 20 Jahre nicht war, wo er vielleicht die Kindheit verbracht hat, nach 50 Jahren das erste Mal dort war. Und wir haben alle eine Erinnerung und von der sind wir komplett und hundertprozentig überzeugt, genau so war es. Und dann kommen wir hin und dann sehen wir die Realität und sagen, ich habe das ganz anders in der Richtung, das war ja viel größer und da war ja viel mehr Platz und da ist das oder jenes gestanden. Aber du kommst irgendwo hin und sagst, da war ich schon, da war ich schon. Das sind genau die Dinge, wo ich tatsächlich einen Teil aus einer realen Erfahrung habe, die dort tatsächlich stattfindet und ich den Rest mit assoziiere und sage, na gut, das eine war und das ist ein unbewusster Vorgang. Ich habe mal irgendwo gelesen, das ist, wenn du etwas jetzt wahrnimmst und dann das hundertstel Sekunden später erst ins Gehirn kommt und du glaubst, du hast das schon erlebt. Auch das ist eine, also es gibt 10, 15, 20 Theorien, welche jetzt wirklich stammt, ist eine Frage der Forschung noch. Und weil, also Rückführung ja mitunter, so wie es der Kurt macht, ja auch in Hypnose basiert und viele Menschen ja dann irgendwelche, weiß ich nicht, Probleme dann versuchen zu lösen wie Phobien. In der Hypnose ist vieles möglich und Hypnose ist ja wiederum etwas anderes und hat ja mit Rückführung nichts zu tun. Und da gibt es ja durchaus auch Therapierichtungen, die mit diesen Methoden arbeiten. Also Hypnose würde ich hier mal ausklammern. Das, was hier gemacht wird, ist, dass man sich mit Leuten, mit ihren Erlebnissen, mit ihren Eindrücken auseinandersetzt. Und das kann ja durchaus etwas Gutes sein. Die Frage ist, überfrachten wir es, indem wir eine Theorie bilden, dass es sich hier um frühere Leben handelt? Oder gehen wir einfach davon aus und sagen, du erzählst mir etwas und vielleicht auch etwas Fantasiertes, warum denn auch nicht? Und daran können wir arbeiten. Wir können uns überlegen, warum kommst du gerade auf den Gedanken? Was beschäftigt dich hier? Aber das muss ja nicht jetzt so etwas Abstraktes wie 3, 15 oder 10 verschiedene frühere Leben sein. Und Pater Karl hat vorher auch gesagt, alle waren Prinzessinnen, ich kann das nur teilen. Also irgendwelche Herrscher, Massenmörder, Henker und was auch immer. Ich möchte mal gerne, dass jemand sagt, ich war ein Bauer. Können Rückführungen auch gefährlich sein? Und wenn, wieso? Natürlich. Ich habe zuerst gesagt, dass es dafür keine fundierte Ausbildung gibt. Das heißt, jeder macht, was er will. Und das kann gefährlich sein, wenn ich jetzt wirklich mit Störungen, mit Krankheiten komme, dass ich mich an eine Person wende, die gar nicht wirklich eine Krankheitslehre gelernt hat, wie ein Psychologe oder ein Psychotherapeut. Das heißt, der kann gar nicht wirklich unterscheiden, was sind die krankhaften Anteile, wo muss wie behandelt werden. Und ich gehe damit zu jemandem, der halt macht, wie er glaubt. Und das finde ich sehr, sehr gefährlich. Das kann natürlich in manchen Fällen gut gehen. Das muss ja nicht immer schlecht gehen, aber es ist gefährlich. Gibt es eine Seele? Ob es eine Seele gibt? Dann gibt es eine Seele. Seele ist eine Glaubenssache. Ja, jetzt. Ja, ja. Ich ahne es und schaue schon zu Pater Karl hinüber. Nichtsdestotrotz, von der Wissenschaft her und von der Naturwissenschaft müssen wir leider doch so argumentieren, dass wir sagen, man kann daran glauben. Eine wissenschaftliche Untersuchung und zumindest außerhalb der Wissenschaft der Theologie können wir eine Seele so nicht nachweisen. Man sagt ja oft, das ist eine alte Seele. Dankeschön, lieber Dr. Fehlinger. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Kommen. Es war sehr spannend. Der, der daran glaubt, dem kann man den Glauben sowieso nicht nehmen. Das heißt der Pater Karl am allerbesten, wie das ist mit dem Glauben. Buddha, ja, ganz ein anderer. Der hat immer gesagt, jeden Morgen werden wir wiedergeboren. Und was wir heute tun, das zählt am meisten. Ist doch auch ein schöner Gedanke. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.